Katalog Nummer 15 Powerpuff Girl FH Braunes Stutfohlen geboren im April, gezogen nach Contendro 1 aus der Staatsprämienstute Pearl von Limoncello 1 Polling. Mit dieser jungen Dame bietet uns das Erfolgszüchterhaus Holzleitner in Schwanenstadt eine ganz besondere Alternative an, denn dieses Stutfohlen stammt ab vom Rekordhalter und Jahrhunderthengst Contendro 1. Bis in die höchsten Klassen erfolgreiche Sportpferde in allen Sparten der Reiterei ließen ihn für lange Zeit die WBFSH-Rangliste der besten Vererber anführen. Ebenso interessant die Mutter Pearl. Sie ist Trägerin des Staatsprämientitels und war ihrerseits Finalistin der 4- bis 5-jährigen Dressurpferde des österreichischen Bundeschampionats. Des Weiteren fällt aus dem direkten Stamm der in der schweren Klasse erfolgreiche Prämienhengst Lagodoro nach Lord Sunshine. Katalog Nummer 15 Powerpuff Girl FH Hier ist der Name Programm. Kraftvolle Bewegungsgüte mit viel Motor aus der Hinterhand.